Wenn du glaubst, wenn du wirklich glaubst, das ist alles so einfach, was wir da so machen, dann mach einmal du was, das möchte ich einmal sehen. Mach du einmal was auf einer Bühne, vor mehr als fünf Leuten, das möchte ich sehen. Mach einmal was, komm, 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 jetzt komm einmal raus, komm, wo steckst du, komm, komm raus, da steh ich her und sag mir ein Gedicht auf. Komm, das möchte ich sehen, wie da der Arsch geht, da komm her, komm, irgendein Gedicht kann jeder, du wirst auch sicher schon einmal was gedichtet haben. Wenn man bei der Omi einen runden Geburtstag geht, kannst du es aufsagen, hä? Ha, 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 oder sing was, komm, sing was, das kommt auch immer gut an die Kamerae, sing was, oder, 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 rappen, das ist super, heute tut man rappen, da kannst du rappen, ja, kannst machen, da steh ich her, machst dein Protestrap, ha, ha, eine Millionstudie über die harte Kindheit am Land, komm her, komm her, komm, da steh ich her, da schreiß raus, ey, dein hartes Leben, komm, schreiß raus, komm, Mann, ey, cool, krass, Mann, cool, krass, ey, cool, cool, krass, ö, ö, was? Hä? Was sagst du? Nein, nein, deutsches, deutsch, hallo, wir sind in der Musikbranche, deutsches, deutsch, österreichisch ist nicht gefragt, da geht es um Verkaufszahl, deutscher Markt, entschuldige, da musst du ein bisschen mitdenken, ja? Ja, erwarte, vergiss es, nein, vergiss es, für MTV bist du sowieso zschirch, das geht sich nicht an, für MTV muss man schon ein bisschen was hergeben, aber das kannst kompensieren, ja? Ja, das kannst du kompensieren, du machst ein bisschen Aktionismus, ja, das ist super, pass auf, pass auf, das ist geil, bei jeder Show, ein bisschen politische Aussage, weißt, dann lieben dich die Menschen, da gehst du her, pass auf, bei jeder Show gehst du her und zerhaust ein Kaffeehäferl, ja, da gehst du her und zerhaust ein Kaffeehäferl aus Augartenporzellan, ja? Als politisches Statement gegen, gegen, ah, wurscht, wurscht, um das geht es nicht, ja, es geht immer nur, es geht immer nur um Aufmerksamkeit, ja? Genau, es geht immer nur um Aufmerksamkeit, es ist aber wirklich so, wie bei Kleinkindern, oje, Papa runtergefallen, Hefe kaputt Und der Papa kommt und schimpft, Aufmerksamkeit, und wenn es erwatscht ist, wurscht, jawohl, hauptsache ich werde beachtet und das Ganze dann tiglisch, haha, ja, das ist schon klar, jeden Tag rappen und ein Heferl zu haben, jeden Tag, ja, egal ob du jetzt Migräne hast oder Regelschmerzen, ob dein Partner schnachseln geht oder deine Kinder fiebern, wurscht, das ist wurscht, ey, Oke